In diesem Video geht es um Heinrich Himmler. Ich erkläre dir, wer das war und wie er die Geschichte beeinflusste. Heinrich Himmler wurde am 7. Oktober 1900 in München geboren. Er wuchs in einer katholischen, bürgerlichen Familie auf. Sein Vater war Schulleiter und ein ehemaliger katholischer Priester. Himmler zeigte schon früh Interesse an Geschichte und Militär. Himmler trat 1923 der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei NSDAP bei. Er nahm am gescheiterten Putschversuch Adolf Hitlers teil und wurde später ein enger Vertrauter Hitlers. Im Jahr 1929 wurde Himmler zum Reichsführer der SS ernannt. Unter seiner Führung wuchs die Schutzstaffel SS von einer kleinen Einheit zu einer der mächtigsten Organisationen im nationalsozialistischen Deutschland. 1934 führte Himmler die sogenannte Röhm-Affäre durch, bei der er die SA-Führung ausschaltete. Er erhielt die Kontrolle über die geheime Staatspolizei, die Gestapo, und machte sie zu einem Werkzeug der Unterdrückung. 1939 wurde das Reichssicherheitshauptamt geschaffen, das Himmler leitete. Es koordinierte die Aktivitäten von SS, Gestapo und anderen Sicherheitsdiensten und war entscheidend an der Durchführung des Holocaust beteiligt. Unter Himmlers Führung wurden Millionen von Juden, Sinti, Roma, Homosexuellen und anderen Minderheiten ermordet. Er war auch für die Errichtung von Konzentrationslagern und Vernichtungslagern verantwortlich. Während des Zweiten Weltkriegs war Himmler nicht nur für die interne Sicherheit, sondern auch für militärische Operationen zuständig. Er leitete eigene SS-Divisionen und war an zahlreichen Kriegsverbrechen beteiligt. Als der Krieg sich dem Ende neigte, versuchte Himmler mit den Alliierten zu verhandeln. Dies scheiterte und führte zu seinem Bruch mit Hitler. Himmler versuchte zu fliehen, wurde aber gefasst. Am 23. Mai 1945 beging Himmler Selbstmord, um seiner Verurteilung und Hinrichtung zu entgehen. Er bleibt eine der kontroversesten und verachtenswertesten Figuren der Geschichte, verantwortlich für zahllose Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Er war über die Mitte. Es war über die Mitte. Er war über die Mitte. Vielen Dank.